Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Bayern-Boss Uli Hoeneß drohte Bundestrainer Joachim Löw. Der Krach zwischen Uli Hoeneß und dem DFB ist noch nicht vorbei. Der Präsident des FC Bayern München soll Bundestrainer Joachim Löw bei einer Wachablösung im Tor mit einem Boykott gedroht haben. Uli Hoeneß trat noch einmal als poltender Wut-Bayer auf. Der in knapp zwei Monaten scheidende Präsident des FC Bayern München verspürte gegenüber der Sportpilz Regelbedarf. Es ging erneut um den Torwart-Disput in der deutschen Nationalmannschaft. Der 67-Jährige drohte offenbar dem DFB damit, keine Spieler des FC Bayern München an die deutsche Auswahl abzustellen. Hoeneß, wir werden das nicht akzeptieren. Wir werden es nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet, sagte Hoeneß der Sportbild. Von Thal griff der Bayern-Boss bereits nach dem Champions-League-Spiel seines Klubs gegen Roter Stern Belgrad die aktuelle Nummer 2 im DFB-Tor Barcelona-Keeper Marc-André der Stegen an. Dessen öffentliche Klage über die erneute Reservistenrolle bei den ersten Länderspielen der EM-Saison gegen Niederlande und Nordirland hatte den Disput auch mit Kapitän Neuer ausgelöst. Doch was wäre passiert, wenn Ter Stegen die Bayern-Keeper in der Nationalmannschaft abgelöst hätte? Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen, so Hoeneß. In dem Neuer stehen mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry aktuell insgesamt fünf Bayern-Spieler im DFB-Aufgebot. Doch Löw will Ter Stegen offenbar einsetzen. In den kommenden Länderspielen gegen Argentinien am 9. Oktober sowie in Estland am 13. Oktober dürfen die Stars des deutschen Rekordmeisters wieder dabei sein. Laut Sportbild plant Bundestrainer Joachim Löw mit einem Einsatz von Ter Stegen in mindestens einer Partie. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was sagt ihr zum Disput zwischen Uli Hoeneß und Joachim Löw bzw. zwischen Ter Stegen und dem deutschen Kapitän Manuel Neuer? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, auf wessen Seite ihr steht bei beiden Streitigkeiten oder ob ihr es einfach unnötig findet bzw. welchen Torwart ihr für den Besseren haltet. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge.